Juke und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in diesem Video zeige ich euch, wo ihr alle sieben Firmen im Exil Teile finden könnt, die ihr für einen Erfolg in Seraph Mortis für das Fliegen braucht. Unten links findet ihr jeweils die Teile, die angezeigt werden bzw. gezeigt werden und rechts am Bildschirm findet ihr die Karte, wo alle Teile nochmal selbst markiert sind. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Suchen und lasst mir gerne ein Abo da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020